Loredana W.O.L.L.N.Y. verrät Detail über S.E.R.V.E.T., das viele Fans wohl schon interessiert hatte. Türkei, Loredana Wollni, 19, ist an der Seite ihres Verlobten Servet überglücklich. Das stellt die Wollni-Tochter immer wieder anhand von neuen Aufnahmen des Paares unter Beweis. In einer Fragerunde plauderte Lore nun aus dem Nähkästchen und verriet ein Detail über ihren Liebsten, das wohl viele Fans brennend interessiert hatte. Die 19-Jährige hält sich mit ihrem Söhnchen Aurelio, rund neun Monate, bekanntlich seit mehreren Monaten auf dem Zweitwohnsitz der Wollnis in der Türkei auf, und ließ sich schon länger nicht mehr im heimischen Hückelhofen blicken, wohl auch, um ihrem Verlobten möglichst nahe zu sein. Unter der türkischen Sonne genießt das Paar sein Elternglück in vollen Zügen und der kleine Sprössling der beiden gedeiht prächtig. Das hatte Lore ihren Fans erst Anfang September anhand einer neuen Aufnahme des Kleinen gezeigt. Am Mittwoch meldete sich die jüngste Wollni-Tochter dann nicht nur mit einem neuen Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten, auf dem beide glücklich in die Kamera lächelten. Zudem lud die 19-Jährige ihre Anhänger auch noch zu einer Fragerunde ein und plauderte dabei ein wenig aus dem Nähkästchen. Während sich in obligatorischer Manier viele Fragen um den kleinen Aurelio drehten, darunter beispielsweise die Essgewohnheiten des Wollni-Sprösslings, hakte ein Fan nach, warum Servet als gebürtiger Türke eigentlich so gut Deutsch sprechen könne, eine Frage, die wohl schon manchen Fan interessiert hatte. Loredana Wollni und Servet lassen sich Zeit mit Hochzeit. Servet hat von klein auf im Tourismus gearbeitet, da hat er es gelernt, erklärte Lore nun und verriet außerdem, dass das Paar bereits seit April 2021 gemeinsam durchs Leben geht. Auf eine baldige Hochzeit kann Loredanas Community hingegen nicht hoffen. philosophy Carmel im Äändler fragt sich die Abenteuerung, denn die Weitergibh Sonnen die discoveren manier wurde be Burch, dass die Bode, die Kreuz ausgewろう, der auch noch im längsten Anton haben mich get Action muss. Vielen Dank.